ARD Text im Auftrag von Funk Aber nicht, dass du mit 200 von der Mittwochschein in den Baum fährst. Ah, zeig ich doch. Richtig. Du weißt es einfach nicht, wie gut. Gotti. Gut so. Der Olle hätte das Ding schon reinbewonnen, wenn du dich mit dieses Jahr. Es kam rein. Drei. Das ist der Fall. Allee, super. Alles gut. Ja. Ja. Das ist Druck, ne? Müll halt. Ja, das war doch schon. Ja, das war doch schon. Ja, aber das ist nicht. Sehr gut. Alles Ziel ist da. Ich kann auch nicht mehr zusammen. Das ist ein Schmerz. Das sind Schmerz. Ja, das ist nicht schlecht. Alles klar. Trümlich. Super. Boah, hart. Ja, das ist nicht. Nein! Ja, das ist nicht. Ja, das muss ich doch. Was ist nicht? Das ist nicht. Schmerz. Was ist nicht? Schmecke, den wir auch nicht mehr nehmen. Oh, gut. Ach, gut. Ich hab ein bisschen Pech dabei. Ich bin nervös. Ich bin nervös. So ein Ding. Ich bin nervös. Wir sind dran. Wir brauchen dran. Bis nächstes. Bis nächstes. So, ich schwör. Das ist gut. Das ist einfach eins. Über 19. Alex. Ganz einfach. Ganz einfach. Oh shit. Oh shit. Jetzt die 25. Das wäre ja ordentlich Ausstand. Was ist das jetzt? 25. 20. 20. Boah. Was hab ich jetzt? 21. 11. Geschränke. 2 mal 1. 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 3 Mal 1. Scheiße, Mmm peut twelve mal 1. 2 mal 1. 1... 2 mal 1. Ja. 1 Du kannst doch nicht zuerst die 1 werfen. Ey, ich wollte doch zuerst die 1 werfen. Das ist die erste Seite. Das ist die erste Seite. Ich werde einfach mal laufen. Dribbel rein zu. Dribbel rein zu. Dribbel rein zu. Rechts. Und nur vier. Richard, stimmt? Das war der erste, zweite Seite. Der erste Seite. Ja, Alex. Jawoll. Ja, ja. Ja, ja. Das war fast alle 33. Das war schön. Danke. Du brauchst mich warten. Ja, danke. In Karlsruhe ist die Residenz und im Wildpark die Festung. Jetzt die Rückrundendauerkarte ab 73 Euro sichern und bis zu 25 Prozent sparen. Aber mach Käuferz. Raus in den Wildpark. Ja, danke. 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 Danke.